Ich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, traurig, traurig, traurig für den Chris, warum auch immer. Wir haben versucht, auf den Dev4-Server zu joinen und irgendwie ging's nicht. Ich bin jetzt raufgekommen und Chris ist tot. Auch immer, wir haben keine Ahnung, was hier schiefgegangen ist. Er ist neben mir, also ich bin gejoint und er ist neben mir tot umgefallen. Aber hier ist weit und breit auch niemand in der Nähe, der dich hätte jetzt killen können. Ich hab keinen Plan. Der hätte mich ja gefressen dann, ne? Ich finde hier eine Liste nicht doch, da. Hier ist niemand. Das ist alles total... Ich hab dich eingeladen. Ja. Ja, also aber richtig Herzen in die Kommentare für den armen Chris, der jetzt wieder von vorne anfängt. Und ich sehe sein Giger hier. Aber du dienst mir jetzt als Nahrungsgrundlage. 0,37 Punkte schon. Ich hab dich mit zwei Hubsen verspeist, du bist weg. Oh, ich seh dich. Ja, jetzt bist du wieder weg. Ich hol dich ab. Also ich spiel jetzt quasi, Chris ist jetzt mein kleines Babychen. Und ich werde dich beschützen. Was? Du konntest mich doch gar nicht zeugen. Doch, natürlich. Nein. Irgend so eine ekelhafte Laborsache. Iiii, Inzest oder? Wo bist du überhaupt? Ich seh dich nicht. Ich hab dich grad gesehen. Ich geh auf deinen Namen jetzt grad zu. Also ich seh dich jetzt nicht mehr. Ah, jetzt seh ich dich. Okay. Ich bin ja jetzt schon Zapp und muss jetzt quasi... Jetzt wird's halt ein bisschen interessanter noch. Du musst auch mal schreien, sonst seh ich dich nicht. Ich will nicht schreien. Ja, musst du aber, sonst seh ich dich nicht, sonst weiß ich nicht, wo du bist. Oh, hier sind Raptoren neben mir, aber die dürften mir eigentlich nicht mehr gefährlich werden. Ähm, hier, warte. Ey, ich möcht nicht schreien. Ja, musst du aber. Ja, jetzt seh ich dich. Ich hol jetzt mein Baby ab. Da vorne... Ich glaub, der will mich angreifen. Ach, das ist ein Baby Rex, ist das? Mein Tod, ey. Der greift mich an. Kill ihn, kill ihn. Kill it. Hat er mich vielleicht gekillt? Nee, kann er ja gar nicht. Und er ist down. So, platt. Alter. Ich denke, was will er denn? Wollte er jetzt nur freundlich sein? Ich weiß es nicht. Ich trau' denen nicht. Aber eigentlich müsstest du zu mir kommen. Ich weiß nicht, wie weit du weg bist. Ich sehe die zwei Türme da vorne, weil ich hab jetzt hier quasi Nahrung für dich liegen. Ich bin mitten im Wald. Ich sehe gerade gar nichts. Schrei noch mal. Was? Schrei noch mal bitte kurz. Hast du gerade geschrien? Ja, jetzt. Da hinten bist du. Wie weit bist du jetzt weg? Ich könnte jetzt hier auf den Rex... Ich könnte jetzt hier warten. Aber ich komme mal zu dir lieber. Weil ich will mich ein bisschen Nahrung... ...beschaffen. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt friendly war oder ob der mich angreifen wollte. Das sah so aus, als wenn der mich angreifen wollte. Das war ein Rex-Hatch. Das tut mir leid, aber... Warte mal, wieso ist meine Nahrung jetzt schon wieder fast weg? Jetzt verliert der übelst Nahrung bei mir gerade. Deine Leiche war buggy, Alter. Du bist die Rex-Leiche. Du bist die Rex-Leiche. Alles kaputt, ey. Ja, wie gesagt, es ist immer noch Death-Server, Leute. Hier kann es mal zu Fehlern kommen. Wir wollen halt nicht wechseln. Er hat nicht gepatcht und 4-2 ist kacke. Toll, ich finde die Rex-Leiche nicht mehr. Scheiße. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Ja? Ja, ein großer Giga hat mich gefressen. Ich bin tot. Okay. Cool. Oh Mann, du Arsch. Also selbst die Artgenossen fressen einen auf. Ja, ich komme dann auch nochmal von vorne. Ja, cool. Er frisst mich. Er frisst mich. Und? Aber... Nein, ist das mies. Ist das mies. Ist das mies. Oh nein. Oh, ich war schon zapp, Alter. Oh, jetzt sind hier noch Kanus bei mir. Muss mich hier nochmal einladen. Oh, ist das eine miese Scheiße. Da kann man nichts machen. Da kann man echt nichts machen, wenn die Artgenossen einen auffressen. Boah. Ich höre bei mir Kanus. Oh, ich sehe dich. Du bist bei mir ganz in der Nähe. Naja, hier vorne schleicht nämlich irgendwas rum. Ich greife jetzt auch alles an. Hauptsache ich kriege Nahrung, Alter. Ja, ist ein Rex, ist das. Ja. Hier vorne ein Rex. Rex Hatch. Kill ich gleich, wenn ich den sehe. Scheißegal. Ich laufe jetzt hier amok. Ja. Aber das ist so ärgerlich. Wieder drei Folgen warten, Alter. Das... Boah. Ich sag, du kannst... Du hast echt nur eine Chance, wenn du erwachsen bist. Diese... Ah. Aber ist halt Survival, ne? Der Server ist zu voll, Alter. Ja, aber wir haben nichts anderes gefunden, ey. Sollen wir mit fünf Leuten spielen? Ja, genau. Das ist halt diese krasse Sache. Wir haben Server mit fünf bis zwanzig Leuten oder halt diesen vollen Server. Aber jetzt habt ihr wenigstens regelmäßig Action. Und wie gesagt, ich denke mal, mehr als über einen Sub komme ich nicht hinaus. Aber wir haben es schon mal geschafft. Sandbox ist langweilig. Ja, genau. Also für Let's Play. Das ist halt dieser Kampf hier. Es ist halt interessanter, dieser Kampf, ne? Finde ich. Ich fress jetzt auch Gigas, die ich sehe. Ist mir jetzt egal. Ich mach das jetzt nach. Das ist halt kein RP-Server. Das ist halt dieser Nachteil, ne? Sonst eigentlich... Na gut, wenn der jetzt unbedingt Hunger hatte, vielleicht war er schon ganz auf Low, kann ich ihn auch verstehen. Hätte ich genauso gemacht. Kann man jetzt nicht. Das lohnt sich nicht, weil er beißt einmal nicht rein und dein Leiche ist weg. Nö, ich hab mit deiner kleinen Leiche auch mich komplett aufgefüllt gekriegt. Ja, aber keine Ahnung. Wie gesagt, wenn er jetzt richtig Hunger hatte, dann ist es so. Also ich ärgere mich über sowas auch nicht. Also es ist alles in Ordnung. Ja, ja. That's the game. Oh, guck mal, der Himmel hat sich verändert. Let's take a look. Es regnet nicht, es regnet nicht. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, schade. Aber jetzt, guck mal, was sich oben für Wolken zusammenbrauen. Siehst du das? Wetten, das fängt gleich an zu regnen. Hat er die Vegetation hier im Wald überarbeitet? Kann das sein? Ja, ja. Und guck dir die Wolken an, Digga. Guck dir die an. Ja, Digga. Wir sind jetzt fresh. Fresh. Mit deiner... Was war das nochmal? Bratwurst hast du vorhin gegessen? Mit Sauerkraut. Sauerkraut. Kraut. Kraut. Also richtig... Also müsst ihr sehen, Chris ist richtig so ein Deutscher. So ein richtiger Deutscher. Mit Kraut essen und so. Ja. Ich hab auch die gleichen Haare wie Madden, also wir haben auch Springerstiefel. Ja. Echt? Wir tragen gerne braun. Hast du auch welche, ja? Braun. Ja, klar. Braun. Braune Stiefel. Und wir gehen auch zu so bestimmten Veranstaltungen mit Ledermändeln und sowas. Aber möchte ich nicht weiter... Ja, ja, und die arschfreien Hosen dazu, ne? Ja. Chaps. Richtig geil. Ich kam jetzt nicht drauf. Chaps. Arschfrei Chaps. Und dann... Jawohl. Gäbs mir rechts und langs. Dann geht's immer ab, ey. Du trägst dann dabei deinen SS-Paradehelm, ne? Genau. Jeder Maske. Hör mal, den hat die... Rote Gummiband-Armbinde mit dem Ball drin, die man auch im Mund stecken kann. Oh nein. Ja, so. Und die Patsche. Ich muss mal bedenken, ich hau die Videos in mein Name tags raus. Ich muss mich mal so ein bisschen zügeln hier mit den Gesprächen, Alter. Digga, was? Digga, was? Der Penis. Was? Jetzt kann ich nicht mehr monetarisieren. Das ist so ein böses Wort gesagt. Das soll regnen jetzt. Es sieht so nach Gewitter aus, so ein bisschen. Digga, das Peinwort. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ach so, und wir können unsere Statistiken angucken. Ähm, wie viel HP und so wir noch haben. Ja, das hab ich gesehen. Das Kommentar. Auf Charakter gehst du dann und dann siehst du Groved und dann musst du hier irgendwo... Oder war das noch ein anderes Menü? Ich hab mir das wieder nicht gemerkt, verdammte Scheiße. Keine Ahnung. Ich seh nur Groft-Punkte. Die Groft-Leiste. Ja, ja. Ist nicht irgendwas mit Steuerung noch was oder so drücken? Ja, ja. Ich hab's jetzt echt total vergessen. Aber da siehst du dann auch die HP und so. Und, äh, wie schnell du wächst und... Ja, ist schon ganz cool. Macht schon ein bisschen was. Ja. Ja, klar. Jetzt gewittert das gleich wie über Bigfoot, Alter. So, bff. Denk ich zwar nicht, aber, ähm... Es sieht nach Regen aus, Chris. Das kannst du nicht. Ich verliere ganz schön viel trinken und essen. Merkst du das? Ja, trinken haben wir letztes Mal gar nicht verloren, ne? Ja. Shit. Ich geh mal einfach in deine Richtung. Aber wir haben Tageslicht und bewirkt. Das ist das hier in Schreien der Rex, ne? Ich weiß es nicht, was das ist. Das ist Nahrung, Chris. Das ist einfach Nahrung. Da unten läuft was. Das kommt auf mich zu. Ne. Das ist ein Kano, ist das. Wo? Kano. Kano-Hedge oder sowas. Dieses Knorren. Dieses Röpsen. Das ist ein Kano. Der hier nach Mama schreit. Den müssen wir fressen, jetzt, Alter. Ja, guck mal, was da unten steht. Da ist ein Raptor. Der killt uns easy. Da liegt Essen. Weißt du, wie viel Essen da rumliegt? Ich bin nicht in deiner Nähe. Ich weiß nicht, wo du bist. Natürlich. Guck doch mal, wo ich bin. Ich bin hinter dir. Alter. Ach, da. Du bist verpeilt, Alter. Lauf aneinander so vorbei. Wo bist du denn? Oh, der Raptor kommt. Der Raptor. Oh, shit. Weg. Lauf. Lauf, Gäger. Lauf. Gäger. Das haben die Leute wirklich gemacht, nach Gäger. gesucht. Da hinten liegt Essen, siehst du? Auf dem Hügel. Da ist ein Fleischrest. Auf dem Hügel? Ja. Bei dem Steinchen da. Ich kann das gar nicht erkennen. Aber es ist harmonisch, ne? So dieses Zwitscher der Vögel. Ja, wir sterben eh gleich, ey. Tipp, tipp, tipp. Das schlechteste Omen, wenn das so friedlich ist, das Spiel. Ja, ja, ja. Wenn es regnet, gefällt mir das besser irgendwie. Oh, guck mal, wie schön die Zwitschern. Dann guin ich's halt doch einfach mal. Können wir mal Arschlecken, die Vögel. Es fehlt noch dieses Huhu. Huhu. Ruft aus dem Wald. Okay. So ein Vogel hätte ich hier gerne, ey. Wenn du stirbst. Das war schon wieder ein Trompeter eben. Okay. Ja, siehst du das hier? Oder ist das Essen? Oder sind das Steine? Ich weiß nicht, was du meinst. Das sind Steine. Toll. Glaub ich. Ah, das ist der Baby-Kano. Da hinten läuft er. Komm, den holen wir uns. Nee, Mann, Alter. Der killt uns. Ich geh jetzt hier ins... Hier sieht mich keiner. Ich bleib jetzt hier sitzen, ey. Der kommt genau auf uns zu. Da vorne, siehst du? Der ist viel größer als wir, oder? Quatsch. Doch. Ich bin jetzt hier im hohen Gras. Ich weiß nicht, ob man das Gras hier auf Loh sieht. Aber hier ist ideal Versteck, Alter. Hier ist richtig nice. Da unten geht er. Ich kann die Größe gerade nicht einschätzen, irgendwie. Der ist viel größer, oder? Ich weiß es nicht. Wie sieht so groß aus, Mann. Aber seit wann gibt es denn hier so hohe Grasbüschel? Das ist auch neu, ne? Diese... Ja, wahrscheinlich nur, wenn du das auf High oder so. Oder umkommst, was anderes Großes angelaufen. Siehst du das? Geradeaus durch. Ist das noch ein Kano, oder ist das... Nee, UV-Hacks. Wo ist der scheiß Kano hin? Ich habe den verloren aus dem Auge. Der ist hier unten. Ja, der läuft hin uns. Das war ein kleiner, scheiße. Ich konnte das jetzt echt nicht einschätzen. Da kommt aber der UV, siehst du? Vor uns. Siehst du das? Ja, ja, ja. Ja, komm. Komm. Oder ist das Raptor? Keine Ahnung. Nee, das ist ein... Nee, das ist ein UV. Das sind zwei. Wo? Nee, ist das ein UV-Rex? Ja, das ist ein UV-Rex. Der ist aber schon größer als wir, ne? Weiß ich nicht. Scheiße. Ah, der sieht uns auf jeden Fall nicht. Wir sind hier scheinbar echt... Das hohe Gras scheint noch gerendert zu sein. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Weil das hier ist ideales Versteck. Sollen wir den angreifen, ey? Einfach Jolo rauf? Ja, wir sind nicht so schnell, ne? Ah, warte mal. Der jagt den Kano. Pass auf. Lass dich erst mal fighten. Der holt sich den Kano. Jetzt hat er den Kano, siehst du? Und wir mischen uns gleich mit ein. Weil dann sind sie beide verwundet. Den Sieger, den töten wir. Oh, ich hab keinen Alt-Hörn, ne? Ah, hättest du mal machen sollen. Ja, ich weiß nicht. Ah, warte, warte, warte. Ich glaub, er hat den Kano. Ja. Machen wir Bitch-Move, Alter. Wie die dreckigen... Naja, wir sind... Er hat ihn? Lass uns. Ja, er hat ihn. Attack, 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 attack. Weißt du, jetzt das Lied von Sword Attack, ey? Richtig gut. Kannst du mal wieder einer machen? Ich bin... Warte, ich mach zuerst. Scheiße, wir sind zu langsam. Ja, ich bin totgleich. Er ist viel zu groß. Ja. Scheiße, der war zu groß. Bin gut gehittet? Hast du das Bein gebrochen? Er? Nee. Ich bin gleich tot. Ja, ich auch. Was? Ja, er hat mir das Bein gebrochen. Ich bin auch tot. Wie lächerlich, Alter. Shit. Willst du mich verarschen? Wir müssen D-Rex spielen mal denn. Okay, aber es war einfach mal ein Experiment jetzt. Aber der war wirklich viel zu groß. Der war echt viel zu groß. Nochmal Giga. Der war echt viel zu groß. Aber wir müssen es halt ausprobieren, ne? Das ist wichtig. Aus Fehlern lernen. Ja, jetzt bin ich im Sumpf gespawnt und neben mir ist ein anderer Dino. Giga. Der sich auch in einem... Alter, wie viele Gigas hier sind? Aber der Giga ist... Oder er hat den Giga jetzt wieder gebufft. Hier sind voll viele Gigas. Ich bin im Hungengras. Ich bin im Sumpf gespawnt, Alter. Weiß gar nicht. Mach mir mal Dings hier. Mach mir mal einladen. Mach mich mal einladen. Ja, das ist jetzt... Digga, mach mich einladen, ey. Mach mich einladen, Alter. Warum sehen die anzuladen, weil wir gleich wieder tot sind? Junge! Schraub doch, Mungo. Ich weiß, wo du bist. Ja, ich bin im Sumpf, Mann. Bist du auch im Sumpf? Was kleines bei mir. Bist du im Sumpf? Nee. Ich weiß aber gerade nicht, welche Richtung ich laufen muss. Oh, hier läuft ein Jubi rum. Oh, scheiße, Alter. Ich hab den ja auch... Ich hab den ganz oft gehittet, Alter. Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich mal wieder Alt-Turn reinkriege. Ja, mach das unbedingt. Also, wie... War das noch ein Jubi? Nee, ein Hedge war das nicht. Das war ein Jubi noch, ne? Das war... Aber schon ziemlich groß. Schon ziemlich groß. Fuck. Aber wir waren zu früh. Den Kanu hätten wir aber gekriegt. Das ist ein erwachsener T-Rex. Ich bin tot. Echt? Ich wurde von einem dreckigen, hässlichen Juta gekillt in Sender. Ja, die müssen alle fressen. Das ist Survival. Oh, die letzten Folgen hab ich so gut durchgeritten hier, weißt du? So, ich lade dich nochmal ein. Aber jetzt, vielleicht bist du ja... Ach, da bist du. Da. Ich komm an deine Nähe. Guck mal, wir brauchen nicht mal schreien. Wir sehen uns gleich. Perfekt. Haha, super. Also, wir müssen tatsächlich... Unsere Taktik ist tatsächlich... ...ins Gebüsch setzen und warten, dass wir größer werden. Das ist die Taktik. Nö, auf Ars zu gehen und auf kleine Sachen. Kleine Rechse. Frisch spawnen Rechse. Ja. Dann kriegst du wahrscheinlich auch nicht. Pass mal auf, ey. Doch, haben wir doch letztes Mal auch hingekriegt. Ja, aber nur weil du schon größer warst, weil du fast sub warst. Allein hätte er mich wahrscheinlich gekillt. Ja. Und Kanus. Und Kanus können wir gehen halt. Wir können nur Baby, Jutas und Kanus. Kanus vielleicht, ja. Wir sind aber zu schnell, um Raptoren zu jagen. Das schaffen wir nicht. Außer der ist wirklich ganz dicht neben dir. Jetzt wird's auch noch dunkel. Ey, auch nicht schon wieder Nachtfolgen, ne? Ich hasse Nachtfolgen. Ja, jetzt hatten wir eine ganze Folge Tag. Eine ganze Folge? Ich glaub noch nicht. Na doch, ist gleich Folgenpause. Ne. Dann hatten wir eine Tagesfolge wenigstens. Eine, Leute. Nacht kann man wegmachen, braucht man nicht. Nacht dauert mir auch mehr viel zu lange, aber... So ist das. Ich hab meinen Sub verloren. Und dennoch vom Artgenossen, weißt? Dreckige Bitch. Hättest mal deine Hoden gezeigt. Ja. Ja, die... Ja. Ja. Die waren nicht so gut. Bist du da oben auf dem Berg irgendwo, ne? Und die Birch. Birch des Garten. Oh nein, ich darf schon wieder... Jetzt ist es harmonisch. Zirpen grillen. Ich hör gerade gar nichts. Zirpen grillen? Ja, moin. Schöne Krähe. Die grillen Zirpen, Mann. Die Zirpen grillen, ja. Die Zirpen grillen, Alter. Hast du was getrunken? Nein. Okay. Leider. Ach so, ja. Man. Nüchtern der Wahnsinn ist das. Aha. 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 Ach schön. Jetzt bin ich wieder in diesem Bachbett. Bachbett. Bachbettbettbraun. Saugrack. Hat echt wunderschön und harmonisch hier. Mhm. So, ich hör keinen Dino schreien. Herrlich. So muss das sein. Ich hör Krähen, die es zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Und wie es weitergeht, sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Guckt auch mal bei dem anderen vorbei. Hm? Ja. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.